Der Azorenabendsegler ist eine Fledermausart. Er kommt ausschließlich und damit endemisch auf den Azoren vor, wo er bis zur Ankunft des Menschen neben einer weiteren Fledermausart der Gattung Pipistrellus, wahrscheinlich der Madeira Fledermaus, das einzige heimische Säugetier war. Die Art sieht ihrem nächsten Verwandten, dem kleinen Abendsegler, sehr ähnlich bleibt jedoch mit knapp 6 cm Länge etwas kleiner. Merkmale Der Azorenabendsegler erreicht eine Körpergröße von 51 bis 57 mm. Die Färbung entspricht der des großen Abendseglers. Das kurze Fell ist eng anliegend und auf dem gesamten Körper einfarbig rostbraun bis dunkelbraun glänzend. Die Flügel der Art sind schmal und lang ausgebildet, die Spannweite beträgt etwa 300 mm. Verbreitung Die Verbreitung des Azorenabendseglers beschränkt sich auf die Azoren. Er ist entsprechend ein Ende mit dieser Inselgruppe. Die Fledermaus kommt auf sieben der neun Inseln vor, wobei der Nachweis auf Flores unsicher ist. Für Corvoo liegen keine Nachweise vor. Lebensweise Der Azorenabendsegler ist in größerem Ausmaß als andere Fledermäuse tagaktiv, was auf das Fehlen von Greifvögeln in seiner Heimat zurückzuführen sein kann. Die Hauptjagdzeit liegt allerdings kurz vor dem Sonnenuntergang bis etwa 21 Uhr. Dabei erfolgt die Jagd sowohl einzeln wie in Gruppen. Über die sonstige Lebensweise der Art ist allerdings nur wenig bekannt. Wie die anderen Abendsegler dürfte sie sich vorwiegend von Insekten ernähren. Zu Wanderungen sowie zum Fortpflanzungsverhalten des Azorenflugseglers liegen keine Daten vor. Systematik der Azorenabendsegler ist eine von acht Arten der Abendsegler. Dabei stellt er als Ende mit auf den Azoren die Schwesterart des kleinen Abendseglers dar, wobei er lange Zeit als Unterart desselben galt. Die Art entwickelte sich wahrscheinlich aus einer europäischen Population des kleinen Abendseglers zum Ende des Pleistocen. Beide gemeinsam stellen die Schwestergruppe eines Taxons dar, das aus dem großen Abendsegler, dem Riesenabendsegler und der asiatischen Art Nyctalus aviator gebildet wird. Die ebenfalls in Asien beheimatete Art Nyctalus plänzii stellt die basalste Art und damit die Schwesterart der restlichen Abendseglerarten dar. Der Bergabendsegler, der früher ebenfalls als Unterart des kleinen Abendseglers betrachtet wurde, und Nyctalus vorwurz wurden bei dieser Untersuchung nicht betrachtet. Gefährdung und Schutz Wegen seines kleinen Verbreitungsgebietes und der rückläufigen Bestände wird der Azorenabendsegler von der IUCN als gefährdet gelistet. Belege A, B, C, D, P, Salgero, M, Rüdi, M, M, K, L, Ho, Jade, M, Palme, H, M, Genetic Divergence and Phylogeography in der Genus Nyctalus, Implications for Population History of the Insular Bad Nyctalus Azoreum, Genetika 130 2007 S, 169-181, Nyctalus Azoreum in der Roten Liste Gefährdeter Arten der IUCN 2007. Eingestellt von